Simon, hattest du schon mal einen Backlack im Arsch? Nee, nicht dass ich mich erinnern kann. Warum? Hast du dir schon mal beim Onanieren selber auf den Arsch gehauen und gesagt, Geil, Kevin, mach weiter so? Nee, aber ich hab von allen Leuten unterschiedliche Quellen gehört, dass du das machst. Von wem? Von den beiden. Teller! Schnell! Wichst dir einer im Stehen? Spann dabei die Pomostatur ein. Wenn das keiner macht, mach ich's nicht. Nee, im Stehen ist nicht so chillig. Doch. Machst du im Bett? Mit so einer Bettdecke rein. Schlagst du noch einen Socken rein, Kevin? Nicht in die Bettdecke, auch nicht in die Socken. Hast du mal Socken gefickt? Das ist ja geiler Scheiß. So ne ungenierte Frage auch. Ich hab mal in eine Bravo reingespritzt. Wirklich? Kevin hat sich selber mal aus dem Grünland schon ne Dose gebaut. Ja, ich auch. Mit zwei Schwämmen. Ja, Alter! Konnoisseur! Pringelsdose! Ja! Mit so einem Geschirrhandtuch, zwei Topfschwämmen und so. Hast du das Geschirr und das danach zurückgelegt? Das gehört zu meiner Mutter. Da hab ich wieder unter den Spiegel gepackt. Na, warum hab ich's damit originiert getrieben? Ich weiß es nicht. Äh... Also manchmal... Am besten... Felix war dieses... War dieses... Basti GVG, Digga. Basti GVG? Und warum masturbierst du so zigzag, Digga. Bruder!